Hallo meine Lieben, heute geht es um das Thema Collagentechnik. Ich habe mir überlegt, ich möchte heute auf mein neues Bild ein paar Sachen aufkleben. Das habe ich schon mal gemacht und zwar hier in dem Bild, ich zoome euch das gleich mal ran. Da habe ich einfach Buchpapierseiten aufgeklebt und dann mit im Bild integriert. Ich finde das ist eine sehr schöne Möglichkeit, sich kreativ auszuleben. Dann zoome ich euch das mal schnell ran und dann lege ich los. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.